Kleine, falls du den Scheiß echt irgendwo hochlädst, bitte als Titel einfach nur, jeder kriegt Stiche. I pick. Achso, Thomas. Bitte? I pick. Ich hab grad nicht gerafft, wo ich das hinordnen soll. Ich hab gesagt, I pick. Perfekt. Schatz, epic. Ja, ich pick auch. Das ist eine neue Ebene an Jokes. Du schreibst irgendwas, wartet, bis es wer vorliest und macht dann dein Wortwitz draus. Dami, ich bin ja schon full life. Und ich wollte dich trotzdem heilen. Weil ich gesehen hab, dass du critical wirst. Worst. 50-30-Bummibus. Ah! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, hilf! Noah! Tgres! What's wrong with the classics? I love Hasselhorn! Oh, come on, get moving! im jungen ist er jetzt schon nicht mehr holten st spiel mit m m das ist die Säulein von halbemort nun grüßig ja Prozent ich bin so zu gewünscht ist zu tun um ein Geld um ein Geräter Euro ich bin nicht sicherlich schlecht oder außer übungen wahrscheinlich nur dazwischen mit beides ich würde es verfolgt Thomas rennt nicht mit experience tranquility und was macht Thomas als erstes er rennt weg experience nicht die Tranquility der braucht die nicht ich hab nicht gesehen dass du den Scheißen inwiefern bin ich tot wenn ich am Leben bin ich verstehe es auch nicht klein ich sehe was sie nicht berechtigt ich hab die Anna sterben lassen kaum niemand will das Play of the Game sehen raus doch ich nehme es zurück geh raus kapper kapper das ist doch selber gesagt dass es keiner sehen will Prozent wer wird dort m m diese Szene kommt tatsächlich drin sie das war zu nehmen es auf die Verzeihung 50 Minuten mit uns ist ich bin nämlich dass die übelste Autist Das war bei diesem Moment. Demi, du. Na gut, jetzt haben wir einen Punkt. Nein, ich lebe noch. Oh, ich bin bei meiner Leiche, ich bekomme einen Punkt. Ja, gut. Und sie haben einen Punkt. Well, das hat esgeriert, Quickeli. Das hört sich echt dumm an. That's what she said, xd lol raffle. Mach ne eigene Compilation von jedes Mal, wenn Nadimi das sagt und dann Leute. Ja, ich werd was, das kommt auf mindestens 30, halt pro Sekunde. Jeder kriegt Stiche. 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 Ey, jeder kriegt Stiche. Ey, jeder kriegt Stiche, Alter. Ey, jeder kriegt Stiche, Alter. jeder kriegt stiche warum kann die das ich kriege stiche jeder kriegt stiche jeder kriegt stiche jeder kriegt stiche sie kriegt jetzt stiche jeder kriegt reifen jeder kriegt stiche jeniamen jen меся유 jenies jenie 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 Ich spüre ihn fließt. Wollah jeder kriegt Stiche. Ja, ich habe mich dann selber gestochen. Wollah jeder kriegt Stiche. Ja, jeder kriegt Stiche. Ja, jeder kriegt Stiche. Aber merkt euch, bis morgen nur eine Sache, ok? Du musst noch Payday installieren. Nein. Jeder kriegt Stiche. Wollah jeder kriegt Stiche. Ja, jeder kriegt Stiche. Ja, jeder kriegt Stiche. Bis zum nächsten Mal.